Kuh, wir spielen blinde Kuh, mühe und mühe. Was macht ihr denn da? Ach, gar nichts, wir spielen blinde Kühe. Ich hab gedacht, wir spielen Zwergenhalmer. Kenn ich gar nicht. Das ist ein Brettspieler. Kriegt jeder Spieler ein Brett und haut es dem anderen auf den Kopf. Und wenn einer umfällt? Dann muss man Schach sagen. Schach. Kennt du Zwerg, ärgere dich nicht. Das ist auch ein Brettspiel. Jeder Spieler kriegt ein Brett und haut es dem anderen auf den Kopf. Kennt ihr Doppelkopf? Das ist auch ein Brettspiel. Ich lass mich raten, jeder Spieler kriegt ein Brett und haut es dem anderen auf den Kopf. Unsinn, du unterschätzt uns. Doppelkopf ist wesentlich komplizierter. Jeder Spieler kriegt zwei Bretter und haut es dem anderen auf den Kopf. Schach.